Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu einer Folge CD War Beyond. Ihr habt ja schon gesehen, wie da steht. Wer ist das? Wer bin ich? Wie bist du? Ich weiß. Ja. So, wir wollen jetzt wieder nach Hause. Ja. Du lotst. Du lotst. Ich lotst? Ja. In die Richtung. Genau. Oh, okay, schon richtig. Du weißt doch die Koordinaten, die hast du mir doch gesagt. Ja, die weiß ich auch noch. Guckt unbedingt die letzte Folge an. Weil da war Ultra der Megaschleimboss, Alter. Ja, das war voll cool. Ob wir ihn getötet haben? Keine Ahnung, guck nach. Ich hab immer noch Angst. Warum? Vielleicht ist er doch tot. Ja, aber wenn ich an den Denker dann hab ich Angst. Achso, weil das so heftig war, ne? Ja. Das war wirklich mega heftig, ey. Der ist ja ultra stark gewesen. Ihr müsst es euch angucken. Wirklich. Ja, das war richtig cool. Schnell, bevor die Folge wieder offline genommen wird. Weil das so hart ist. So hart für YouTube. Ja. Das ist härter als Bibis Schminktipps und so. Oder Semislimani. Nehmt euch eure schmuse Dicke und guckt euch das ein. Da springt er. Mit dem Longschwert. Longe read, longe dee dong dong dong. Longschwert. Kannst du nicht entscheiden, ob Deutsch oder Englisch? Jo. Ich hab die Koordinaten nicht an, ne? Ich hoffe, du schaust ab und zu drauf. Ja. Aber du läufst so weit vor. Ne Hexical! Das ist meine. Nein! Du kannst mir doch nicht einfach meine Hexicals klauen. Ja, kann ich eigentlich nicht, aber hab ich. Aber du hast es. Jo. Ich frag mich immer noch, wie man bei den Verwandlungen die anderen Versionen der Verwandlungen der Verwandlungen verwendet ist. Ja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Schalt das doch mal in die Kommentare! Was soll der Scheiße eigentlich? Ihr müsst uns doch mal unterstützen. Wir machen das alles nur für euch. Nein, in dieser Richtung wird's... So für euch spiel ich das gerade, ja? Nur für euch. Nicht für YouTube Money oder so. Nur für euch. Naja, du hast so viel davon verdient. Ja, ich schon. Nicht. Come on, come on, come on. Nein, wir machen das natürlich auch Spaß. Ich meine, es würde mir natürlich mehr Spaß machen, wenn ich nicht immer so lecken würde. Wenn es nicht so lecken tut. Ich brauch' einen neuen Gaming-PC, ey. Manchmal tut's halt lecken. Ich brauch' einen neuen Gaming-PC. Ich auch. Kannst du mir einen kaufen? Bitte kauf mir einen, dann kann ich bessere Videos machen. Kauf du dir einen neuen und gib mir deinen alten. Nee, die sollen mir einen kaufen. Ich mach das ja für die, dann können die mir auch einen kaufen. Oder nicht? Ja, wenn sie die einkaufen, dann will ich auch einen haben. Was? Bist du? Bist du gerade ausgelaufen. Ja, ich auch, aber ich seh' dich nicht. Nicht dich schon. Oh, hier ist Maxi-Ko. Ah, als ob. So, warte mal, ich schmal's weg. Ich seh' dich. Ich seh' dich. Oh, sonst, aber Schneeballe brauche ich nicht. Ja, ich seh' dich. Hey, da schieß' der auf mich. Ich treff' nix. Tut er dich gleich. Ich kann nicht one-hit'n. Ich glaub' auch. Oh. Der war gift efeu. Gift efeu? Gift efeu. Fuck that shit, Alter. Hier, nimm die Eier. Wo bist du? Ich bin, äh, hier. Da, ich seh' dich. Hier. Scheiße, ey, wir haben gerade mal vier Minuten aufgenommen. Wie lange soll ich das noch aushalten mit den Legs? Wie lange soll ich das noch mit dir aushalten? Das ist ja schrecklich. Wasserläufer wär' auch cool. Nee, ist ja langweilig. Ich spüss' ja gar kein Wasser mehr. Du bist voll leise. Nee, das wär' uncool. Nein, das wär' voll cool. Ich bin voll leise. Bin gar nicht leise gewesen. Doch, du warst richtig leise. Nein, war ich nicht. Doch, warst du richtig. Du lügst richtig. Richtig leise. Du lügst richtig. Ja, jetzt sei mal leise, ja. Mhm. Juhu. Wow. Immer so lustig, wenn man da irgendwo rumläuft, dann guckt man nach unten und sieht, dass drauf einfach kein Boden mehr ist. Mhm. Wie weit noch? Ach, weit. Ich glaub, dann werden wir's nie schaffen. Oh, was ist das denn hier? Guck mal hier. Oh, du siehst wahrscheinlich auch. Boah, das ist wahrscheinlich auch. Kann auch mal reingehen, ne? Was so, hier, wie, wie heißt das in Orient, da, diese Palast-Sachen? Ja, diese so Wüsten-Dinge haben wir das. Cool. Heißt das? Mit den Kisten, die kann man looten. Auf jeden Fall so'n Palast. Hier wird gelootet, wird hier jetzt. Ah, getötet wird hier, Junge. Wie ist hier da unten? Meine Kisten. Welch'n Loot, wenn du alles lootest? Tue ich doch gar nicht. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher, den Dungeon, der ist, der ist mir bekannt. Alter! Ist der denn cool? Oh, ich hab' sechs Diamanten gefunden. Demnach ja. Oh, hier ist ja auch noch ne andere Etage. What the fuck? Ich bin voll tief geflogen. Boah, hier ist ganz viel Fleisch. Ich hab' keinen Platz. Ach, hier bist du. Das war'n Glück. Jo. Brote. Mohn brauchst der ja nicht, ne? Jo, irgendwas ist explodiert. Creeper. Der schreit ja nicht umsonst, what the fuck. What the fuck was das? Alter, wie das aussieht. Du bist da unten voll am, äh, hier fighten. Woll ich denn nach unten kommen? Mit Lags. Lags? Ja, mit Lags. Das ist bei mir für die ganze Zeit am Längen. Boah, die Ass. Als ob. Jo. Jo. Zwölf Stück. Jo, wahrscheinlich. Ne Schallplatte, nimmst du die mit? Ne. Ich will aber Muskelkörn bei uns im Dorf. Jo, gut. So ein Ding hab' ich gegessen. Goldapfel jetzt. Jo. Aber geht's hier nicht noch tiefer? Das war's doch noch nicht. Wow. Das war's schon. Spring halt die komplette Giste, ist egal. Das war's schon. Das war langweilig. Dann würd ich sagen, wir müssen hoch. Würdest du sagen? Würde Jesus sagen. Aber wie kommen wir wieder hoch? Mann, jetzt hör doch mal auf zu lecken! Das regt mich richtig auf. Ähm, vielleicht geht's auf der anderen Seite noch, ja. Boah, ich muss ständig was essen. Kennst du das? Ne. Im Leben ist das nicht so. Da muss man nicht immer essen, um zu überleben. Mhm. Wenn man auch mal so fünf Monate ohne Essen auskommt. Meine neue Diät. Fick dich. Fick dich doch. Nein. 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 Als ob es da hoch geht, wo du bist. Ja, ich bin oben. Alter. Wie ich mich aufrege. Fick mich nicht auf. Ich reg nämlich dich auf. Nehme nie wieder Minecraft auf. Nie wieder. Ja. Wenn das nicht aufhört zu lecken. Ich installiere Minecraft hier nach. Ja. Definitiv. Bist du schon draußen? Ja, komm hier hinten. Mal bei mich ran, nicht da hoch. Oder du warst da oben schon. Ja. Ja, komm. Ja, bitte. Ja, gleich, wenn die Aufnahme vorbei ist. Äh, 10 Minuten. Ja. Okay. Jetzt springen wir gemeinsam hier runter. Hand in Hand. Ich zuerst. Wenn das überhaupt die Richtung ist, in die wir müssen. Alter, diese Legs. Das passt schon. Ich sag halt in diesem Part nichts anderes mehr außer, diese Legs. Aber Leute, ihr versteht es doch. Ihr müsst es euch hier ansehen. Das ist die Trauerung. Sind wir doch richtig? Ja. Da hinten ist schon wieder was. Links. Ah, das brauchen wir uns nicht angucken, weil es nicht langweilig ist. Oh, zum Glück kann das Fleisch nicht schlecht werden. Hm? Zum Glück kann das Fleisch nicht schlecht werden. Ja. Denk ich mir auch mal. Habe ich gesagt. Wo bist du schon wieder? Wo ich bin? Ja, ich seh dich nicht. Ich bin neben dem verrotteten Wald. Neben dem toten Wald. Er ist links neben mir. Da hinten ist es schon. Bin ich. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin jetzt in dem verrotteten Wald. Oh ja, da seh ich dich, Räherin. Guck mal nach rechts. Hier oben. Ah, da hinten. Das ist Tatsache. Ich bin jetzt bei der coolen Burg. Wollen wir mal reingehen? Wirklich cool. Ja. Ich dachte, wir wollten nach Hause in dieser Folge. Egal. Egal. Natürlich. Alles 88. Ach, da hat mich jemand runtergehauen. Alter, vor die Gegner drin. Ich habe 0. Also rein oder nicht? Alter. Ich glaube, das ist sowieso nur so eine Burg, wo man nicht wirklich geilen Loot findet. Wo bist du? Weiß ich nicht, wo bist du? Ich bin noch an der Burg. Ja, ich bin auch noch an der Burg. Alter. Steht du das scheiß missgebotene Dinges? Wo bist du? Wenn man so ein scheiß Team ich die ganze Zeit abgeworfen hat. So. Ich seh dich nicht. Ja, ich bin an irgendeiner Seite der Burg. Ich bin einfach einmal rum. Ja, ich warte. Ah, da hinten bist du. Ja, hier bin ich. Oh. Alter, es lag. Ja, und hier sind Schlimms. 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 Warst du doch gerade hier? Ich dachte, wo wolltest du um eine Burg rennen? Ja, ich bin immer so... Hä? Ich dachte, ich sollte zurückkommen. Ich bin wieder zurückgerannt gewesen. Was war da? Ja, hier, hier oben. Hier war ich auch eben. Also nicht hier oben, aber hier rechts oben. Ich glaube, wir müssen jetzt mal Pokémon-Spielen zum Abreagieren. So ein Pokémon. Pokémon-Geld. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge probieren. Das war ein cooles Lied damals. Heute auch noch. Stimmt. Ja. Die haben die alle neu gemacht. Die Lieder. Mit so rockigem Sound. Hör man die mal Hip-Hop und jetzt... Die Rock. Little Hip-Hop zurück. Poker-Rap und so. Oh. Ist das... Ist das hier? Sind wir hier? Hier vom Haus. Ich glaube, wir sind hier. Ja, das ist das eine Dorf, was bei uns in der Nähe ist. Oh, okay. Aber die Leute sind sweet. Hallo, ihr Leute. Der Cody, ich war noch nie hier. Nee, war ich noch nie. Er ist in der Dorf. Yay! Wir sind zu Hause. Ich häng fest. Yay! Machen wir erstmal Party und trinken Bier. Natürlich. Weil wir cool sind. Weil wir es kommen. Wir werden erstmal die Erfahrungsbüsche wieder abgefarmt. Grief mal schön die Erfahrung. Mach ich. Ähm, ich wollte noch mal was quick kicken. Hier. Und zwar... Das... Battle-X. Offensiv-Rappen. Bring down small trees and can't sand. Kupferbeeren. Aus. Frey. Ja, was. Ja, kein Englisch. Deswegen weiß ich auch nicht, was das bedeutet. Was ist das? Was ist ein Matok? Ach so, was er heißt. Joa. Fertig, ne? Joa. Können wir ja die Folge beenden, ne? Ja, ich hab' mei. Oder willst du noch irgendwas machen? Sag' mal so. Sag' mal so. Sag' mal, es brought mining tool. Okay. Mining tool. Das reicht mir schon. Ne, will ich nicht wissen. Joa. Kein mining tool. Ich hab' mir vielleicht... ...in irgendeinem Part mal. Ne, der Schlüssel hängt ja nicht, lol. Dann können wir ja auch nicht mehr Looty. Looty, die Menji. Ah, Looty, die Men-schen. Looty's Men-schen? Ja. Looty's Men-schen. Looty's Men-schen. Meine Rüstung ist aber auch schon ganz schön damaged, also... Ja. Ich brauche, bräuchte irgendwann mal ein paar... Alter, jetzt hört doch auf mit diesen Lacks. So. Lass mich für die Scheiß. Mit dem Chefkoch. Staffdart. Chefkoch. Hm. So. Die Scheiß drauf. Ich hab' nichts mehr zu tun in dieser Folge. Und du? Ja, auch nicht. Jedenfalls nichts, was ich mal eben schnell machen konnte. Okay. Dann leg' ich mich jetzt in das Bett und verpiss mich. Guten Abend, guten Abend. Willst du dich bei mir ins Bett legen? Kannst du doch gar nicht ins Bett legen, ist doch da. Guten Abend, guten Abend. Halt. Herr Spinder! Warum? Ich hab' ja einen Apfel. Oh, einen Apfel, danke. Willst du schlafen? Hm, auch auf Leder auf mein Bett zu legen. Oh, das will ich da haben. Damit kann ich mein Schwert verbessern. Ich mach den ganzen Müll wegwerfen. Pass mich doch, ich bin Arzt. Wieso schmeißt du das alles auf mein Bett? Auch nicht. Sieht gut aus. Ich schlafe im Müll. Ja. Immerhin hast du was im Bett. Äh. Und jetzt muss ich noch so schnell wie möglich. Äh? So. Äh. Ist das... Ist das... Ist das denn etwa schon? Ist das... Ja, das ist ja schon. Toll. Richtig toll. Mein Schwert ist ja schon. Okay, krass. Ich dachte, mein Schwert ist noch nicht. Nee, da muss ich mein Schwert irgendwann mal wieder, ähm, aufpimpen, aufmotzen. Dass es noch stärker werden kann. Mhm. Aber in diesem Moment halt nicht. Eila, leila, leila. Kritisch, kritisch. Ja. Bist du bereit? Okay. Zu tun. Was? Es zu tun. Möchtest du mit mir machen? Sag es ruhig, das darf jeder wissen. Wir den Part beenden. Hm. Moment. Lass es uns tun, ja. Okay, warte. Eben noch was lesen. Okay. Bin bereit. Bereit, es zu tun. Ja. Also. Also. Auf, was hat euch gefallen. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Daniel. Tschüss. Tschüss.